Und so sieht das aus, wenn man mit den Hunden einen Futtertausch gut aufgebaut hat. Die Kekse sind ein bisschen groß, um sie ihnen im Ganzen zu geben. Deshalb gibt es ein bisschen verkleinerte Version. Die haben alle schon ihr Kau-Teil im Grunde liegen losgelassen, weil sie gesehen haben, dass ich an die Kekse gegangen bin. Sag mal, hast du der Elfe das Ding geklaut? Das finde ich ja nicht so nett. Elfi, magst du auch einen Keks? Vielleicht wollte sie es auch nicht haben. Eigentlich lässt sie sich nichts klauen. Ja, und so schnell tauscht man dann mal eben Kauzeug gegen Keks. Und so schnell tauscht man dann mal eben Keks. Und so schnell tauscht. Und so schnell tauscht man dann mal eben Keks. Und so schnell tauscht man dann mal eben Keks. Ja. Und so schnell tauscht man dann. Und so cha Iowa.